Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Guten Tag, fährt morgen ein Zug nach Berlin? Guten Tag, ja, es fahren jeden Tag Züge nach Berlin. Guten Tag, ja, es fahren jeden Tag Züge nach Berlin. Berliner E-Transort-Kochter-Kalkirch Um wie viel Uhr fährt der erste Zug nach Berlin? Um wie viel Uhr fährt der erste Zug nach Berlin? Der erste Zug nach Berlin fährt morgens um fünf Uhr dreißig. Der erste Zug nach Berlin fährt morgens um fünf Uhr dreißig. Entschuldigen Sie bitte, ist der Zug um fünf Uhr dreißig ein Schnellzug? Entschuldigen Sie bitte, ist der Zug um fünf Uhr dreißig ein Schnellzug? Der Zug, der um fünf Uhr dreißig startet, ist kein Schnellzug, doch der um sechs Uhr ist einer. Der Zug, der um fünf Uhr dreißig startet, ist kein Schnellzug, doch der um sechs Uhr ist einer. Wie lange dauert die Fahrt mit dem Schnellzug nach Berlin? Wie lange dauert die Fahrt mit dem Schnellzug nach Berlin? Mit diesem Zug werden Sie in eineinhalb Stunden in Berlin angekommen sein. Mit diesem Zug werden Sie in eineinhalb Stunden in Berlin angekommen sein. Kann ich für den morgigen Zug schon heute Tickets kaufen? Kann ich für den morgigen Zug schon heute Tickets kaufen? Ja, Sie können das Ticket kaufen und Ihren Sitzplatz reservieren. Ja, Sie können das Ticket kaufen und Ihren Sitzplatz reservieren. Ich möchte gerne für Dienstag den 26. April zwei Tickets für den Zug um sechs Uhr kaufen. Ich möchte gerne für Dienstag den 26. April zwei Tickets für den Zug um sechs Uhr kaufen. Für den Zug auf einst friendly und meinem Tennis helfen. Oder drum wie z Kingsort? sayesチ Ring nur einst sitzen oder zwei Tickets für den Zug? Für die Schüler zuман, warum Sie eineinhalb von Ześćifisch werden? Däuerst du CC? Bedingungen Sie eineinhalb von Zehtlag und zweitig? Weil Sie jetzt zu haben Sie eineinhalb oder mo nhất D薩aSignal? Fiyatları nedir? Wir sind die Preise. Wir sind die Preise. Birinci sınıf kişi başı 75 Euro, ikinci sınıf 50 Euro. Die erste Klasse kostet pro Person 75 Euro und die zweite Klasse kostet 50 Euro. Die erste Klasse kostet pro Person 75 Euro und die zweite Klasse kostet 50 Euro. Bana ikinci sınıf iki bilet verebilir misiniz lütfen? Würden Sie mir bitte zwei Tickets für die zweite Klasse geben? Würden Sie mir bitte zwei Tickets für die zweite Klasse geben? Birinci sınıf kişi başı 100 Euro. Birinci sınıf kişi başı 100 Euro. Berlin sınıf kişi başı 100 Euro. Der Zug nach Berlin fährt von Gleis 7 ab. Der Zug nach Berlin fährt von Gleis 7 ab. Yardımınız için teşekkür ederim. İyi günler. İyi yolculuklar dilerim. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Das war's. Das war's.